Herzlich Willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 6. März. So, unsere heutigen Tagessiegel sind das erste Siegel Bayonada, das zweite Siegel des heutigen Tages ist Anada und das dritte Siegel, das sich heute zeigt, ist Anina. Wow, wir haben heute die doppelte Erdung. Ja, heute geht es wirklich darum, mal wieder, wie so oft, dass wir die höchste Vision von uns selbst, dass wir wirklich unseren Herzplan, den Himmel auf die Erde bringen, unseren Himmel. Und wenn wir unseren Himmel auf die Erde bringen, dann bringen wir natürlich den Himmel für das große Ganze auf die Erde. Ja, Bayonada, unser Symbol, unser Siegel, das vierte Siegel, das einfach dabei hilft, ja, unseren Herzspeicher, Schmerzspeicher vollkommen zu reinigen, auf das unser Herz wieder vollumfänglich erblüht, dass wir in die Ruhe, in die Harmonie kommen können, damit wir wirklich auch unsere Wünsche und Visionen nicht aufgrund von irgendwelchem Mangel aussprechen oder aussenden, sondern wirklich aus dem liebenden Herz heraus. Bayonada ist ja auch durchflutet von dem grünen Farbstrahl und grün ist immer die Farbe der Mitte. Grün ist weder kalt noch warm, ja, sondern grün ist einfach genau die Mitte, die Harmonie. Das erlebt man auch, wenn man zum Beispiel im Wald spazieren geht oder auf einer grünen Wiese ist. Man kommt sofort zur Ruhe und in die Harmonie. Ja, wenn man kraftlos ist, dann tankt man Kraft in der Natur. Nur wenn man irgendwie überdreht ist oder überspannt ist und zu viel Energie hat, zu aufgeregt ist, dann kommt man in der Natur zur Ruhe. Und das ist einfach die Schwingung von der Farbe grün, die eben in der Natur so sehr präsent ist. Und Bayonada hilft uns einfach in diese Harmonie mit unserem Herzen zu kommen. Wirklich in die Harmonie, in diese Liebe. Und wenn wir in der bedingungslosen Liebe sind, dann gibt es keinen Mangel, dann gibt es keinen, du darfst das nicht, du hast das nicht verdient, du bist es nicht wert, du bist es nicht gut genug. Und das sind all die vielen Glaubenssätze, dass es das immerwährende Geschnatter, ja, das uns davon abhält, eben das Leben zu manifestieren, das wir uns so sehr wünschen. Und das ist so subtil und so feinstofflich, das betrifft wirklich alle Bereiche des Lebens. Bei dem einen ist es die Gesundheit, bei dem anderen ist es die Partnerschaft, dass die Partnerschaft immer eine ewige Baustelle ist. Und manch einer glaubt, oh, in dem Leben ist es einfach nicht für mich vorgesehen oder die Familie. Beim nächsten sind es die Finanzen oder ja, dass man einfach im Beruf nicht die Erfüllung hat, weil man glaubt, naja, das steht halt in dem Leben nicht an oder ich habe das eben nicht verdient oder es ist vielleicht wie ein Fluch oder was auch immer. Und wenn wir uns wirklich bewusst machen, wie einfach das Göttliche ist, dass das Göttliche Liebe ist und dass es keinen Fluch und keine Schmach und gar nichts gibt, was uns von dieser Liebe eben trennen möchte, dann dürfen wir uns in diese Liebe hineinfallen lassen und in diese Harmonie und in dieses Vertrauen wieder gehen. Und was auch immer geschehen ist auf unserer Reise durch die Zeit, was es uns eben nicht erlaubt, in dieser Harmonie des Erlaubens, die Liebe erlaubt. Wir dürfen uns erlauben, unsere Herzvision zu leben und ich glaube, wenn wir das tun, dann wird diese Vision, unser Himmel auf Erden, nochmal eine ganz andere Form annehmen, als wir das mit unserem menschlichen Alltagsbewusstsein, das oft aus dem Mangel heraus sich etwas wünscht und es einfach nur möchte, dass das besser wird. Und wenn eben nicht mehr das Motiv weg vom Leid ist, sondern wirklich nur noch hin zur Freude und zur Fülle, weil es gar nichts anderes gibt, weil uns gar nichts anderes bestimmt ist und weil das unser Geburtsrecht ist, dann werden wir nochmal eine ganz andere Vision erlauben, auf die Erde zu bringen. Und das ist eben alles, das schenkt uns Bayonada, diese Heilung, dieses Lehren unseres Schmerzspeichers, Herzchakra, ja, diese Harmonie, diese innere Ruhe, diese Schönheit, all das, das ist heute Bayonada. Und vielleicht nimmst du dir heute mal ein bisschen Zeit, dir zu überlegen, was du dir für dein Leben wünschst und schaust mal, kann ja so über den Tag verteilt sein, immer wieder, woher kommt denn dieser Wunsch? Ja, wenn du zum Beispiel ganz viel Streit hast und du wünschst dir einfach nur noch ein Leben im Frieden, dann ist das Motiv natürlich dieser Mangel oder des Nichthabens dieses Friedens, weil der Fokus natürlich auf dem Leid liegt. Oder wenn du dir eine höhere Summe an Einkommen wünschst, dann ist es vielleicht, weil du im Mangel bist und weil du dir eben nichts leisten kannst. Und wenn du einfach diesen Umständen, denen du verdankst, dass du eine andere Vision eben wünschst, dann bist du natürlich auch im Widerstand mit dem, was ist. Wenn du einfach diesem Widerstand, das, was du eben nicht mehr haben möchtest, deine ganze Liebe schenkst und schickst mit Bayonada und einfach diesen Umstand heilst, weil er dich ja einfach darauf vorbereitet oder dir zeigt, dass es noch andere, ganz andere Qualitäten gibt, die du leben kannst. Ja, und dann bist du in Harmonie mit dem und nicht mehr mit dem, was ist und eben nicht mehr im Widerstand. Und das hilft natürlich dann auch und dabei unterstützt uns natürlich auch Anada, wirklich in die Erdung zu gehen, in die Erdung mit unseren Wünschen, weil damit unsere Wünsche Realität werden können, ob das jetzt Heilung ist, ob das materielle Fülle ist, ob das eine erfüllte Beziehung ist, ob es Gesundheit ist, ob es die Berufung ist, was auch immer es ist, um ein Geschenk in Empfang nehmen zu können, müssen wir da sein, müssen wir im Körper sein, müssen wir anwesend sein. Und genau das ist das, was Anada uns schenkt, wenn wir eben nicht im Körper sein können aus Angst, dass das Leben es nicht mit uns gut meint, weil wir vielleicht in Fuß der Kindheit das Urvertrauen verloren haben, weil wir gelernt haben, wenn wir vertrauen, werden wir verlassen, enttäuscht, belogen, betrogen oder was auch immer. Und das sind alles Erfahrungen, die uns dann schnell aus der Erdung eben rausnehmen und uns zum Teil in Süchte treibt, in Ablenkung treibt. Und Anada hilft uns eben, diese Wunden, diese Ursachen, ja nicht im Körper sein zu können, um das Gute wirklich annehmen zu können, aufzulösen und in die Heilung zu bringen. Ja, und was auch immer das eben ist, es muss gar nicht alles ins Bewusstsein kommen. Wenn man eine Zeit mit bestimmten Themen schwingt, dann kommen oft Bilder hoch. Ja, sagen mir oft auch Menschen nach einer Session, boah, jetzt habe ich noch das geträumt und jenes kam. Und das ist dann einfach plötzlich aus dem Unterbewusstsein kommt es hoch. Das ist wie der Nebel, der dann aber irgendwann wieder weggeht, dass sich nochmal etwas sichtbar macht. Das kann sein und es ist immer sehr hilfreich, wenn wir da nicht in Widerstand gehen und in die Panik, oh, jetzt bin ich wieder einen Schritt zurückgefallen, sondern wirklich in das Erkennen, ah, okay, das ist auch noch etwas, was ich jetzt einfach verabschieden und loslassen darf. Und dabei hilft uns eben Anada, das, was die ewige Liebe und Güte reichlich in sich aufnimmt, ist die Bedeutung des Siegels. Und es bedeutet eben, mich zu öffnen für diese Liebe, für meine Herzvision, für das, was da ist. Und das eben anzunehmen. Und wenn das zunächst vielleicht irgendetwas ist, was mir nicht gefällt, auch das anzunehmen als Geschenk, weil es mich bewusst macht, was einfach zurück in den Zustandvorgebung des Schmerzes gebracht werden darf. Und es geschieht einfach durch die Annahme. Wie ich gerade schon sagte, das Göttliche ist so einfach. Wir müssen nicht drei Millionen Sessions machen, um da hinzukommen, wo wir schon längst sind. Es geht nur um das Erkennen. Und wie ich jetzt schon die vergangenen Tage oft gesagt habe, er kennt in mir. Das ist keine aktive Suche, das ist ein vielmehr ein Aufhören zu suchen. Das ist ein Zur-Ruhe-Kommen. Ja, die Ruhe ist schon da. Wir gehen da quasi einfach hin zur Ruhe, weil sie schon da ist. Wir müssen sie nicht suchen. Sie ist da. Wir gehen hin. Er kennt. Er löst. Immer in mir. Ja, und mit Annina bringen wir natürlich dann die schönste und höchste Vision von uns selbst, unsere göttliche Urkraft, unser vollkommenes Licht auf die Erde und verschmelzen es nicht nur mit der Erde, sondern mit dem gesamten Kosmos. Und auch da ist zum einen eine Hilfestellung noch mal enthalten, eine Auflösung des Schmerzprogramms, das uns davon abhält, wirklich unsere Licht, unsere höchste Vision, unsere Sehnsüchte, unsere Herzvision, den Himmel auf Erden aufzulösen, weil wir es vielleicht in irgendeinem Leben mal gemacht haben und es ging schief und hat einfach Leid erzeugt. Ja, und das darf eben in die Auflösung gehen. Und gleichzeitig hilft uns Annina mit der, ja dabei, eben unsere göttliche Blaupause und die Blaupause unserer Herzvision und wahrscheinlich die schönste Form, die wir uns im Moment noch so gar nicht vorstellen können, unseres ganz eigenen Himmels auf Erden, eben auf die Erde zu bringen und ihn wirklich physisch erfahrbar in dieser Welt zu erleben. Und wie immer gilt das, was wir eben für uns tun, das tun wir immer für das große Ganze. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld deines Himmels auf Erden, das möchte ich jetzt gerne für uns alle gemeinsam und natürlich für jeden Einzelnen, mit allen Leben verbundenen, initiieren. Om Bayunara Omanara Omanina 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 Ich wünsche dir einen Sohn, so wundervollen Tag, an dem du deinen Himmel auf dieser Erde wirklich schmecken, erfahren, sehen, fühlen, riechen oder wie auch immer deine Zugänge sind, kennst. Und wenn dir der Impuls gefallen hat, dann freue ich mich sehr über dein Gefällt mir und auch wenn du meinen Kanal abonnierst, die Tagesimpulse teilst, wenn du weißt, dass es vielleicht jemand anderem auch gut tut. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der Zwölfsieger erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs, die Zwölf Siegel des Metatron. Werde heiler mit kleinem oder großem Haar. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs, warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.